weiter geht es jetzt in der fünften woche tag 29 muscle commander gildner ich habe arthur wotschel mein neuer trainingsplaner der mir natürlich hier verhelfen wird um einfach euch die kurze übung zu zeigen warum auch ein trainingsplaner sehr sehr wichtig ist und zwar wir machen jetzt wirklich einen sogenannten belastungssatz und arthur wird auf mein kommando mich leicht unterstützen wichtig ist natürlich arthur dass ich natürlich arbeite und wichtig ist dass man natürlich vertrauen in seinen besagten trainingsplaner deswegen wird arthur mich unterstützen wenn er natürlich merkt dass da nicht mehr viel geht und auf mein kommando jetzt wird er mich leicht unterstützen sehr schön gesehen der trainingspartner soll natürlich nicht mehr arbeiten als der eigentliche trainierende arthur vielen dank dir dafür viel erfolg